Ein TV-Interview brachte das Fass zum Überlaufen. In der ZIB 2 am 28. Dezember verteidigt FPÖ-Chef Herbert Kickl seine Haltung zum umstrittenen Pferdewurmmittel Ivermectin zur Corona-Behandlung. Man solle eine Studie dazu machen, fordert der Kärntner, ungeachtet der Erkenntnisse, dass dieses Mittel für die Corona-Behandlung ungeeignet ist und selbst der Hersteller klar davon abrät. Für diese Saga bei dem TV-Auftritt sieht Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka rote Linien überschritten. Auch innerhalb der blauen eckt FPÖ-Chef Kickl mit seiner Anti-Corona-Maßnahmenpolitik immer mehr an. Ex-FPÖ-Chef Norbert Hofer betont, keine medizinischen Ratschläge geben zu wollen. Ein klarer Schlag in Richtung Kickl und seiner Pferdewurmmittel-Empfehlung. Der Kickl-Kurs in Sachen Corona, der als Fundamentalopposition jenseits von Fakten und Wissenschaft steht, lässt den Kärntner an der FPÖ-Spitze zunehmend unbeliebter werden. Vor allem in den blauen Landesparteien in Wien und Oberösterreich regt man sich über seinen Kurs und seine radikalen Saga auf. Rufe nach einer gemäßigteren Parteilinie werden dort immer lauter. Dabei fällt vor allem ein Name Norbert Hofer. Unter der Führung des Burgenländers könnten auch ruhigere Töne angestimmt werden. Das gilt allerdings als sehr unwahrscheinlich. Einen erneuten Antritt bei der Bundespräsidentschaftswahl im Herbst trauen ihm aber viele zu. Selbst da soll ihm Kickl einen Strich durch die Rechnung machen. Hartnäckigen Gerüchten zufolge will Kickl auch hier seinen Impfgegnerkurs durchsetzen und einen radikaleren Kopf als FP-Spitzenkandidat aufstellen. Dieses Szenario findet auch FPÖ-Politiker Andreas Mölzer am plausibelsten. In einem Interview rät er seinem Ex-Parteichef Norbert Hofer, nicht noch einmal bei den Bundespräsidentschaftswahlen anzutreten. Hinter den Kulissen soll Hofer selbst bereits wieder auf den blauen Chefsessel schielen. Partei Insidern zur Folge kokettiert er vermehrt mit seiner Rückkehr als FPÖ-Obmann. Für Mölzer sitzt Kickl jedoch fest im Sattel, vor allem weil es laut ihm keine Alternative zu dem Kärntner gibt. Ohne Bundespräsidentschaftswahlkampf hätte Hofer zumindest genug Zeit für die große Kickl-Revanche.